Ja Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen zu Champions League. Dieses Jahr ein bisschen anders. Wir spielen erstmal auf meiner Couch. Das ist natürlich mal so das übersichtlichste. Noch dazu werden wir heute zwei Match in einem spielen. Das bedeutet, am Frontend ist zwar das Hauptmatch drauf, was wir heute spielen. Aber wir werden zwei in einem spielen. Das heißt, wir werden 10 Minuten Videos circa machen. Das, 5 Minuten, das, 4 Minuten Vorarlzeit. Ich hoffe, das ist verständlich. Und ja, deswegen seid dabei. Abonniert gerne den Channel, Kostens. Dankeschön nochmal an alle, die schon zahleregabonniert haben. Und lasst doch gerne ein Dank an. Und auch, falls es euch gefällt. Es wird eher so ein bisschen Best-of mit Gameplay natürlich. Also es wird, außerdem, ich lasse einfach die langweiligen Stellen draußen, ok? Ähm, was sagst du dazu, mein Bruder? Ja, Leute, auf meiner Seite herzlichen Glückwunsch gekommen. Heute, ja. Ich möchte nicht viel zu den Match-Sagen aussagen. Irgendwie habe ich schon Angst, dass 100 Minuten passieren. Ach, du Heuer. Ich meine, ich, ähm, ich sollte nicht mehr zu euch drei Karten, aber ich finde halt, dass sein Bruder Salzburg jetzt nicht die beste Mannschaft ist, die man wählen kann. Mein Gerund. Links. Oh, Davis, oh, Davis und Sani. Was, was mein Nix ist? 54 oder 56. Ach, du Heuer. Das ist ja Mannschaft, wenn der rausgegessen bespielt, bis er... Er trifft sogar. Boah, sowas wird mein Nix schaffen. Äh, zuhört nicht. So, Leute, wir sind in der Allianz Arena. Und, ja, wir skippen das Ganze. Ihr habt ja gerade die Start-Aufstellung... Die Start-Aufstellung? Zu wie vor allem Ernst. Ihr habt ja gerade die Aufstellung gesehen. Los geht's! Salzburg! Die Aufstellung, ich kriege so einen Klatsch. Ich habe so Angst. Ja! Oh mein Gott, oh! Müller kommt durch! Müller kommt durch! Müller kommt durch! Oh mein Gott, oh mein Gott! Und Kohl! Du wohnst! Oh mein Gott! Ach, Mann. Kugawa. 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 Kugawa heißt es. Okugawa. Ja, perfekt. Präsentiert. Das ist ein Schuss. Ja, ja! Ich mache das so zum Schwersten. Ja, ist das so, nicht? Nein, genau. Das ist ja durchskillt, oder? Scherch. Oh nein. Jetzt kann es immer gegen Salzburg als erstes Tor. Und natürlich passen die Spiele noch heute, also... Kug, schau! Ja, das war so, witzig! Boah, bin ich froh. Da ist so schlecht. Komm! Nein! Na ja, das wollte ich. Schau, stark. Da kann man nichts machen. Erstes Tor. Scheiße, Mann. Ich will mich jetzt endlich einmal aufregen und die Aufnahme... Ach, das tut weh. Boah! Fuck. Mann! Oh, Gedusch! Haben wir schon wieder eine Finale gehabt, oder warum liegen wir schon wieder Konfette? Spiel, Bruder! Boah! Boah, geh nicht, du Hoherhund! Jetzt kommt da der Rotgegen. Okay, Gott sei Dank, okay. Ah, das sind viel lascher als deinergestellt. Richtig lasch! Würde. Leber, lauf! Nein, Knabri! Boah, Knabri bist du scheiße. Ach, Mann! Was ist das so? Das ist so ein Schatten? Nein. Im Obten. Nein. Nein, fuck. Wer ist das, Mann? Also, nein. Wo ist das? Oh mein Gott! Hauptsache, das sind die Kosmars-Wall-Zach-Splats-Splats-Splats-Splats-Splats-Splats. Was ist das so? Das ist so ein Schatten? Ja, ich habe mich nicht mehr. Mann, das ist nicht normal. Nein, Mann! Das ist nicht normal. Ich habe es gemacht. Wer ist das? Ich habe es gemacht. Ist das Scott, oder was? Nein, da steht... Berisha. Ja, Berisha. Neue, du brennst dir das bitte in der Schrie. Nein. Habt ihr richtig Hops gemacht mit dem Spieler? Mhm. Kannst du mir einen Anspiel-Hops aber wissen lassen? Nein, komm, was darf ich sagen. Leva nimmt alle Hops. Ich mag das Huhn-Gefi. Ich mag das Feet-Nein. Du musst ein bisschen lauter reden. Ich mag dich nicht, Leva, du Huren! Ja, Daka, komm! Nein, das ist nicht normal, diese Anschluss-Gritschi-Sachen. Daka! Wie kann man da nicht durch? Ich bin nicht mehr. Es ist so lächerlich. Was? Was ist mit dir? Du Grippe! Zwei Obstanz. Erste Halbzeit, zwei, zwei Haare. Die haben so... Splash, Splash! Schau doch gerne auf TikTok vorbei. Nein, das tut mir immer gut. Erste Halbzeit stimmt gerne auf, Mann. Das lassen wir natürlich noch. Ach du heilige Scheiße. Nein, stimmt. Wir kommen ja... Lass es gut sein. Schreibt den Kommentaren. Nein, das schreibt dir kein Mensch. 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 Ich kann sagen, was auch immer. Ich trottel hab bis zum Schluss gesagt, das stimmt gerne ab. Und ja, man kann auch immer was immer. Ja, das ist... Gefällt's Fingert. Gefällt's Fingert wie Gackers im Urlaub. Ja, wie sie weiter rollt. Du kriegst eh keinen Freistoß. Kann eh keiner von euch schießen. Davies! Davies, du hast viel mehr Pace, als du ausschaust. Wenn du in Gruppen fährst, also das ist egal. Wer da jetzt gewinnt. Ja! Ich kann ganz auf... Keiner kann von dem... Oh, da kommt noch ein bisschen da. Geht auch weg du Wixler. Natürlich. Ja, da geht's. Nein, da geht's eben. Manuel, nein, ja. Manuel, Spacken. Das bist der Torwart. Wird alles in Ruhe? Was hab ich gehört? Alles in so zu besser. Nein, 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 nein. Jetzt ist alles in so zu besser. Wer riecht es schon wieder? Mhhh... Ich wollte zuschneiden. Bester Stürmer. Du siebst gar nicht drottel Schaub. Wo man die Leber drauf steht. Ja, wer riecht es. Habst du jetzt Jürgen gefickt, oder was? Wer riecht es der beste Stürmer. Zweiter Regie Neue. Ach, den Neue, den kann man auch an die Moor bieten. Wirklich. Jetzt muss ich eigentlich gar nicht geben. Salzburg-Fans. Haha. Ach, was ob? Salzburg-Fans sind so wie... Salzburg-Fans sind so wie... äh... Siemex. Siemex-Fans. Kinder, die was jeden Scheiß glauben. Ja, Leber! Zeig's uns! Mann! Ah, ich fühl mich schon wieder so lächerlich. Wie der Adoriniger. Ich glaub Salzburg hat so viele erwachsene Fans wie der Siemex. Gart keiner. Quatschack! Pärischer! 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 Vier, drei, vier, fünf, vier, fünf, drei. Oh, jetzt haben wir schon Footballergebnis, oder? Na, da hab ich schon Footballergebnis? Hör doch auf. Die zweite Hauptzeit, glaub ich kann ja das ancutten. Was ist denn Pärischer los? Also du bist ja nur 5 Sekunden. Berichter! Ich weiß nicht, was sich der da unten genutzt hat. Ja, ich wollte erst mal direkt eine richtig fette Nachricht vom Manager gekriegt. Zwölfjahresvertrag. Ja, das hat er doch nicht. Nein. Walkout! Das ist Frankreichs Walkout! Brasilien? Was? Brasilien? Oder ich mache mit dir 100 Euro. Portugal? Ja! Portugal? Sturen? Nicht Sturen? Sturen? Walkout! Nichts geht nicht, man. Nichts geht nicht. Das ist die letzte. Walkout! Nein! 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 Set ihn auf! Fuck you! Fuck you, man! Fuck you, man! Das ist scharf nicht mehr. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Corona! Ja! Das ist mein Mann. Das ist mein Mann. Das ist mein Mann. Preis! Ich... Nein! Mann. Eskalation beim ersten Match. Das war's. Jola, Sebastian, herzlich willkommen zum nächsten Zielenmatch, heute trifft Real Madrid FC gegen Inter Bayern, ich würde mal sagen, circa auf Augenhöhe, aktuell auf jeden Fall, und natürlich ist Dirk Knecht auch mit dabei, was geht? Ja, wir hatten vorhin schon eine sehr sehr fränzlige Aufnahme, ich weiß nicht ob wir das jetzt in einem oder in zwei verschiedenen Videos machen, aber Halleluja Leute, gönnt euch das Bayern-Match, es ist auf jeden Fall sehr aggressiv gewesen. Schau eine Verteidigung an, bitte. Ja, die Songs auch schon seit, obwohl ihr ja Corona kam. Miesiossium! WOMI GONZO! Nein, das war Rodrigo! Boah, die Songs sind ja... Die sind alle als Youngsters oder sind da ausgeschlossen? Lukaku! Pf, okay. Einer meiner Lieblingsspieler von Inter. Oh, das schaut richtig scheiße. Ist safe Lukaku! Nein, das ist doch nichts! Ich sage sowas! Oh, ich sage auch... Mercedes gegen... Williams. Mio, im Mio, im Mio, im Mio... Boah, ein R graduating? Boah, du hast nur ein Haar gekrampt da hinten, das! Schau, das ist einfach! Was kriege ich von dir, wenn ich einen Griff bekomme? Oh, Zidane ist jetzt drinnen, ist jetzt ein Schiedsrichter. Holst du am Morgen? Oh, nein, das ist unter dir, gell? Nein, es hilft nicht. Oh! Oh, knapp, knapp, etwas anderes. Schade. Komm, Monty, du bist schneller, Monty, komm! Geh drauf, Monty! Lol, das war noch elf Meter, oder? Nein, das war noch... Du hast mich so viel gerätscht. So, was stark gemacht, Monty. Ah, das war richtig. Ja! Ich weiß nicht, warum er so kein Pässe spielen muss. Ja, komm. Lukaku mit seinem Kanonenfuß! Ich weiß nicht, warum der Kotoas so schlecht wird. Oh, komm, ganz ehrlich, für dich ist das Bein... Die pinken Trikots sind irgendwie voll cool. Ja, das wird mich auch nicht für Hauptmannschaft los. Der und der Trikots von, ähm... Gegen was haben wir gerade auf eine Fälle gemacht? Boah! Was ist los mit dir? Gegen was haben wir gerade auf eine Fälle gemacht? Bayern, Salzburg? Ja, Bayern. Und der hat zwei Trikots von Bayern. Das ist ein perfekter Trikot. Und der Brausenspieler gestern? Nein, der Überspieler? Mann, was ist es? Nein, es reicht's! Fick dich, Mann! Komm! Komm! Komm, Mann! Oh, sie ist das erste Halbzeit! Nein, es ist so ein Ball! Was ist das? Ganz egal! Gar kein Bock mehr! Ja, fertig! Na! Jeder Vortrag läuft, was ist denn das? Du bist die billigste Fick! Glaubst du noch, was es gibt? Ich bin eine Viererkette! Das ist ein Standard! Ich bin eine Viererkette! Nix da! Wechsel auf den Spieler, Mann! Ach, halt! Du bist alle! HÖR! Du brauchst mir keine Kahlwecknummer! Was? Na genau! Na genau, Waga! Na genau! Ramos! Ramos, der Phil Passatoday! Genau! Wie wenn Lukaku sowas machen würdet! Der bricht sich beim ersten ins Knick! Nein, 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 nein! Kommt wieder! Ja, was machen wir denn? Komm! Komm! Ja, Mann! Man kommt ja nach 5 Minuten hoch! Eigentlich bin ich sie aus! 99 Faced! Die merkt man auf jeden Fall! Ah, genau! Jetzt kommt der! Jetzt, jetzt! Geh! Geh, Hasser! Geh! Das ist nicht normal! Geh! Jeder ist schneller! Mann! Wo ist jetzt Passen bei Brucht1? Wo ist die Ehre geblieben? Ja, genau! Wo ist es? Kurz weg! Besser! Mann! Jetzt wird's nochmal knapp! Zum Schluss wird's echt nochmal scheiss knapp! Wieder kriegen! Sehr schlimm! Vinicius! Mann! Vinicius! Oh mein Gott! Oh, das war für die Nase! Meine Hunde ist so viel mehr noch! Oh, das war für die Nase! 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 Ja! Wie spät ist der Psychopathopft? Let's go! Das bin aufgewickelt! Oh, wie! Run! NAAA! Ja, das war's. Der Konter geht in den Mund rein. So, scheiße. Verdienen das mal entschieden. Verdienen das mal. Ja, Leute, das war's. Fuck, man. Scheiße. Wie man so einen fucking Führer verlieren kann. Ja, ja. Wir sind auch für uns, aber fällt das jetzt noch ein? Ja, das war's. Ähm, lasst gerne ein Abo da, Leute, falls das Video euch gefallen hat. Wo ist die Arbeit mit da? Keine Ahnung. Mama, Mama, Mama Mia, Mama Mia. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Erstens, ist das gemacht noch schnell? Meinsinn. Abonniert den Channel gern. Und schaut auch gerne, ja, morgen wieder vorbei. Morgen kommen auch wieder zwei. Bis dahin. Dankeschön fürs Zuschauen. Schaut auch gerne auf Instagram und TikTok vorbei. Alles in der Beschreibung. Und natürlich oben rechts von dem auch unter zwei Kanal. Racing kommt zwar. Ihr nur jeden zweiten, dritten Tag. Da könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Und auch rein, Leute. Wir haben noch schnell aufgeholt. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau.